So wie sich das anhört, was du da gebastelt hast, schätze ich, du bist der stolze Papa eines nagelneuen Lazarus-Vektors. Leg den Vektor an eine Vorrichtung, die zentrale Befeuchtungsanlage genannt wird. Dann stimmt die doch denn im Laden wieder. Alles klar. Kommt keiner mehr. Willkommen im Zirkus der Werte. Willkommen im Zirkus der Werte. Wir sind auch Stocken wieder hier. Wer das gesehen? Ich hätte vergeblich gehofft. Wir können uns in den vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefügiger werden. Ich fühle mich in ihrer Nähe äußerst unwohlen. Auch wenn sie diese Dinge im Bauch haben. Es sind immer noch Kinder. Sie spielen. Sie singen. Manchmal sehen sie mich an. Endlos lange. Tembomb bekommt Zweifel. Bekamen Zweifel. Hera, nach Arcadia zurück. Hera, nach Arcadia zurück. Wehre dich nicht gegen das Unvermeidliche. Du bist bald keinen Sauerstoff mehr haben. Ich bin gleich wieder so tot. Flossen. Habe ich ja schon gemacht. Dann sch reach, stehe. Hut. Ich bin Polish. Cse, Johnny. Tschöne- Hä? Hä? Ich will nicht den Alarm weg Ich muss hier lang Aber doch Ich bin nicht erlaubt Nicht Ich bin nicht erlaubt Sonst Stattdruck Ich bin nicht erlaubt Die Stattdruck sich wieder durch diesen ganzen Bereich ganze zeit verfolgt alles klar so ich habe den ich bleibe so aus können wieso dauert das so lange Äh, was war das jetzt? Behörter Schaden 2 Ach, die Kamera von hier Bloß nicht den Big Daddy treffen Bloß auf, der Große ist gefährlich Was muss ich denn jetzt machen? Handlange aufhalten So, drei Wellen, so eine haben wir schon Behörter Schaden 2 Vor allem beim Big Daddy bringt es uns sowas ja Wir müssen sie ja besiegen und wenn wir dann mehr Schaden einsichten, dann noch besser Es geht so langsam Setz du Welle? Nohnenfutter Ach, verdammt Geleid Was war das? Der Wecker fernlicht Auf was warst du? Drück den Vernappten, halte Bilder gerettet Das erste Station ist bei Ryan zu Hause Es ist Zeit für unsere Rache Ah, ich meine, da kann man auch noch was dazwischen Besser als ich Ich bin zehnmal besser Na, besser ist es Aber nicht Aber ich will noch voll machen. Ja, das soeben. Das Teleportationsziel kann leichter vorgesehen werden. Jetzt gehen wir zurück. Äh, ins nächste Level. Das machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Weshalb widersetzt du dich so hartnäckig den herkömmlichen Methoden, einen Menschen von seiner Seele zu trennen? Du bist nicht von der CIA hinein. Du gehörst zu Atlas, dem einzigen Ungeziefer, das ich bisher nicht vernichten konnte. Aber sei unbesorgt. Ich brauche nur etwas Zeit, um das passende Gift zu finden. Wir haben ja auch nichts mit Anlass zu tun. Jetzt schon, aber... Ich war ja... Umständen geschuldet. Und ich hab ja... Und ich bin. Und ich bin. Und ich bin. Und ich bin. Vielen Dank.